Linz eröffnet das Spiel. Schuss ins Nichts, mit Höllengeschwindigkeit geht er über. Verdeckter Schuss von Mess, verdeckter Schuss von Mess. Linz sieht ihn erst sehr, sehr spät und da ist es schon passiert. Und wenn Sie richtigen Fußball erleben wollen, dann können Sie das hier im Londoner ab 12.06. auf unserer großen Leinwand jedes WM-Spiel live. Außerdem erwarten Sie jede Menge kulinarische Spezialitäten wie unser Länderspielteller, ja sowas soll es hier geben, und unser hausgemachter Schland.